Meine Damen und Herren, Michael Staringer und Markus Brüß heißen sich herzlich willkommen im Rheinland-Theater bei unserer Gala Leading Ladies. Und hier sind sie, Majan Scharki, Ann Mandrella, Maya Hartford und Pia Daues. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020